Du musst einfach nur im Endeffekt da bleiben und gucken, dass du, wenn du da bist, wenn ich sie anscheinze. Jetzt zum... Naja, na, lass es sein. Okay, jetzt bin ich dann zu mir. Getroffen! Jetzt! Schette, ist zu spät. Okay, ich geh wieder hoch. Wo ist sie? Da oben ist sie? Warte mal. Ah, ich seh sie nicht mehr. Dreh dich zu mir, Olle. Wow, mit dem Hintern von mir aus. W-Wat? 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 Wo muss ich? Scheiße. Weckseinander hochkommst du nicht. Oh! Okay, so geht's nicht. Wieder getroffen! Nein, zu spät. Oder? Jetzt! Ok. Ob, 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 ob! Ok. Ok, da irgendwas ist. Na, zu mir! Ja genau, ich muss mich mal heilen. Ja, ich höre es. Ich will eigentlich nur dann schießen, wenn der Schuss auch wirklich sicher ist, weißt du? Dafür sollte sie eigentlich auf dich feiern und nicht auf mich. Ah, jetzt ist sie oben! Komm, jetzt ist sie nicht oben! Ah! Hey! Ja, ich muss mich geilen, ich muss geilen. Ich brauche Heilung. Ich spring mal da unten runter und dann musst du mich hoffentlich heilen, wenn sie da irgendwie mal weg ist, weil das gefällt mir gar nicht. Okay. Ne, die schießt auf mich wieder ab. Ne, ich mach dir wieder so nass. Ja, jetzt! Los, los, los! Los, los, los! Los, los, los! Kommst du mal her und halt uns! Hier hinter der Säule. So, weg. Los, 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 los! Okay, ich hau wieder hoch, ab, hoch! Nehmen wir aber mal ganz dreist das grüne hier und das andere grüne Kraut mit. Alter! Riesenspinne bei mir im Zimmer. Irritiert mich grad ein bisschen. Weil sie mich grad einfach nur irritiert. Das Ding ist echt nicht winzig. Ich hör's. Ich hör's. Dreh dich zu mir oder dreh dich zu irgendwo hin. Dreh dich am besten einmal komplett wieder rum. Das ist einfach so. Der Schuss saß! Plesianten! Ich würd's ja auch machen, aber ich kann's nicht. Ja, es ist einfach so schön. Wie? Wie? Der Schuss saß! Ich bin runtergefallen, was bist du denn für eine? Entschuldige, das irritiert mich gerade, das rennt gerade über meine Tastatur. Das macht mich gerade ein bisschen. Aaaaah! Keine Angst, ich kenne mich genauso, wenn ich surfen wie du mich. Ja, du musst die Angst schießen, man schießt einfach nicht, wie ist er so gut? Jill, was machst du? Stopp das, Jill, antworte mich! Ja, genau sowas muss ich kriegen. Ja, ich sterb! Oben. Ich versuch den Gegend zu kommen. Aber ich hab sie nochmal getroffen. Ich hab sie wieder getroffen. Ich komm! Kannst du mal heilen? Oder hast du nicht mehr? Könnt ihr da mal andersrum versuchen, vielleicht? Nein! Ich hab auch gerade nicht... Keine Ahnung. Also ich weiß, so geht nur, ich weiß nicht. Na, Moment. Woaah! Kurt für knapp. Oh, mal, Block! Ach, wie že du guckst? Ahge!!! Ahge. Wilde detto Idwig. Oh, das ist gut. Certainly, summmann zum Toppenunn... Ahge. 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 hier runter und gehen wir weiter Jill Jill Are you all right? Chris I'm so sorry It's okay You're Sheva, right? Yes I couldn't control my actions Oh my God I was still aware Forgive me It's all right Thank you Listen I'm gonna be all right You do need to stop him We can't just leave you here You have to This is your only chance If Wesker succeeds Uroboros will be spread across the globe Millions will die Well, yeah, but I'm all right You need to stop him Chris You're the only one who can Before it's too late Don't you trust your partner? All right Take care of him You're our only hope to survive this Chris Chris? I'm all right Over there It's time to put an end to this Let's go Let's go Also Dafür, dass sie gerade irgendwas aus der Brust rausgerissen bekommen hat Ne? Geht's ihr echt gut Hast du Angst? Ahahahこれは I made it É Tschüss. Tschüss.